So meine lieben Freunde, ich hoffe ihr seid schön in die neue Woche gestartet. Hier gibt es jetzt wie immer montags ein kleines Update-Video, natürlich auch einen gewissen Nachwuchsbericht, den ich ja immer ganz gerne von der U17, U19, U23 mache, vom vergangenen Spieltag. Es geht außerdem nochmal kurz um das Spiel am Samstag gegen den HSV, was mir da nochmal ein bisschen aufgefallen ist. Es geht um John Joe Kenny, der wurde nach seinem Tor direkt mal interviewt von der Bild-Zeitung bezüglich seiner Zukunft im Hertha-Dress. Und es geht, darüber haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen, das ist eigentlich eine sehr schöne Nachricht, um Jelani Ndi, der hat nämlich verlängert bei uns auch ein großes Talent, der jetzt schon viel in der U23 zum Einsatz gekommen ist und vor allem ja in der U19 gespielt hat die letzten Jahre, obwohl er ja noch locker U17 hätte spielen können. Das sind alles die Themen, wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Wir sind heute Abend wie immer montags online, werden einen Talk-Stream machen, wo wir uns über alle möglichen Hertha-Themen austauschen, aber auch generell, was gerade auf dem Transfermarkt los ist etc. Was habt ihr so für Dinge, die ihr gerne mit mir besprechen wollt oder mit dem Chat? Wie immer montags, ca. 21.30 Uhr, 22 Uhr werden wir dann sehen, wann genau. Und da können wir gerne auch nochmal ein paar Details dieses Videos gerne besprechen, wenn ihr dazu Anregungen oder andere Meinungen habt. Aber lasst uns doch mal anfangen. Und zwar, lasst uns doch beginnen mit unserer U17. Die hatte nämlich den ersten Spieltag in der neuen U17 DFB-Nachwuchsliga. Ich weiß gar nicht, ob das 1 zu 1 genauso organisiert ist jetzt wie in der U19. Auf jeden Fall gab es ja vor der Saison eine Reformation, kann man das so sagen. Auf jeden Fall eine Veränderung im Modus oder in den Modi. Vorher war es ja wirklich so, es gab diese regionalen Staffeln und dann gab es am Ende Playoffs quasi oder Meisterschaftsspiele, wo man dann gegeneinander die Sieger dieser Staffeln gespielt hat. Das hat man jetzt geändert. Es gibt jetzt sowohl in der U17 als auch in der U19 Bundesliga acht verschiedene Gruppen. Die spielen dann jeweils 14 Spiele gegeneinander. Und die besten davon kommen dann in nochmal zwei unterteilte Ligen rein. Liga A und Liga B, wo es dann auch nochmal unterschiedlich viele Spiele gibt. Also das erste Mal dieser neue Modus, gibt es ja auch viel Kritik dran übrigens, weil dieser Modus automatisch die Mannschaft mit dem Nachwuchsleistungszentrum nicht mehr absteigen lässt aus diesen Ligen. Das ist so der Kritikpunkt da dran. Wir werden sehen, wie sich das langfristig etabliert, wie lange das gehalten wird und wie es vor allem beim ersten Mal klappt. Auf jeden Fall, um das mal ein bisschen einzuordnen, ist Herthas U17, wo es ja auch nochmal viele Durchwechselungen gab, weil viele aus der U17 in die U19 hochgegangen sind. Was daraus resultierte, dass viele aus der letztjährigen U19 in die U23 gekommen sind oder teilweise halt im Profikader sind. Die sind jetzt in der Liga mit Union Berlin, HSV, Eintracht Braunschweig oder in einer Vorrunde quasi. Eintracht Braunschweig, St. Pauli, Kiel, Hansa, Rostock. Das war dann auch die erste Begegnung und dem Niendorfer TSV. Und da haben wir das erste Spiel bestritten am Wochenende mit unserer U17 auswärts in Rostock. Sind das vielleicht gute Vorzeichen für unsere erste Herren, die ja am Sonntag in Rostock spielt? Unsere U17 hat 6 zu 0 im ersten Spiel gewonnen. 6 zu 0 gegen Hansa Rostock, das ist auf jeden Fall mal ein Ausruf für Zeichen. Nur Union Berlin steht trotzdem in der Tabelle noch über uns, weil sie 7 zu 0 gegen den eben genannten Niendorfer TSV gewonnen haben. Also dazu erstmal herzlichen Glückwunsch an unsere U17. U17 in unserer U19 ist ja letzte Woche schon, das hatte ich dann unterschlagen, die Saison losgegangen. Die nennt sich jetzt U19-Dfb-Nachwuchsliga-Vorrunde. Also nicht mehr U19-Bundesliga-Nord-Ost, wie es eben vorher der Fall war. Und da hatten wir das letzte Spiel mit dem neuen Trainer Michael Hartmann. Letztes Jahr war es Olli Reis. Rian Hasanovic war unser Trainer in der U17. Der ist ja jetzt bei uns in der U23-Trainer. Michael Hartmann ist zurückgekommen, wurde ja auch mal Bundesligasieger der U19 damals bei uns. Ist dann zu Bayern gegangen und ist jetzt wieder zurückgekommen. Und im letzten Spiel gab es echt eine deftige Abreibung. Also letzte Woche haben wir 6 zu 1 bei Erzgebirge Aue verloren. Also das ist schon nicht so ein gutes Zeichen. Wie gesagt, das muss man dann auch immer über die Saison erstmal abschätzen können, wie gut ist der jeweilige Jahrgang auch wirklich. Also wir hatten auch wirklich einen sehr, sehr guten Jahrgang, der die letzten Jahre in den, also einen goldenen Jahrgang. Eigentlich bin ich mir auch mal gespannt, wie viel wir dafür dann eben für die erste Mannschaft rausholen können. Aber ein 1 zu 6 in Aue ist dann schon hardcore, zumal wir sogar 1 zu 0 in Führung gegangen sind. Aber war eben so. Und jetzt gab es das zweite Spiel an diesem Wochenende, zweiter Spieltag. Und da durften unsere Hertha U19-Bubis quasi zu Hause ran gegen Carl Zeiss Jena. Da hat man zumindest mal einen Punkt geholt, getroffen hat bei uns bei Lomo per Elfmeter. Ja, das sieht jetzt am Anfang noch nicht so gut aus. Ich bin mal gespannt, wie sich das alles noch entwickelt in der U19. 2 zu 7 Tore, letzter Platz hinter Jena wegen dem schlechteren Torverhältnis. Auf Platz 1 übrigens Cottbus derzeit nach zwei Spielen. Ich kann ja nochmal die Mannschaften kurz ansagen, die in der U19-Nachwuchs-Vorrunden-Liga quasi mit uns dabei sind. Cottbus, Halle, Aue. Die haben das zweite Spiel im Übrigen verloren, nachdem sie uns 6-1 geschlagen haben. Dynamo Dresden, Jena, RB Leipzig, Chemnitz und Hertha. Nee, Chemnitz ist ein Platz vor uns. Jena ist auf Platz 5, hat aber auch ein besseres Torverhältnis. Ja, Hertha also derzeit auf dem letzten Platz der Vorrunde. Auf Platz 8 drücken wir unseren Jungs und natürlich auch dem Trainerteam die Daumen, dass sich das im Laufe der Saison noch besser ausspielt. Aber es sind jetzt noch verbleibende 12 Spiele. In der Gruppe H sind wir dort in der Vorrunde. Auf dann diese Liga, die danach kommt. Drücken wir mal die Daumen, dass wir uns da noch fangen können. Wäre ja schade, wenn unsere U19, die letzte Jugendmannschaft, bevor es dann wirklich in den Profi- oder in den Herrenbereich geht, dieses Jahr so völlig anders abschneidet als die letzten Jahre. Kommen wir zur U23. Die hat leider auch verloren am Wochenende. Bei Plauen, einem Aufsteiger, wo man sich eigentlich schon ein bisschen was ausgerechnet hatte. Wie gesagt, da haben wir ja auch einen neuen Trainer oder eigentlich ein komplett neues Trainerteam mit Rejan Hasanovic. Unter anderem ist ja auch Toni Fuchs mit im Co-Trainer-Team und unser Co-Trainer aus der ersten Mannschaft bei Pal Dada ist auch mit dabei. Wir haben in Plauen gespielt. Es fing schon schlecht an. Wir standen anscheinend im Stau. Ich habe jetzt auch nur die Highlights gesehen aus der Neun-Minuten-Zusammenfassung von Ostsport TV. Und da standen wir im Stau und hatten dann eben nicht mehr so viel Zeit. Die sind ja auf den Platz gerannt, haben sich warm gemacht, wurde dann ein bisschen später angefiffen. Aber irgendwie wirkte es auch so, als ob unsere U23 noch nicht so richtig auf dem Platz stand. Einige waren natürlich auch nicht mit dabei, weil sie für die erste Mannschaft eingeplant waren. Ich sage euch mal, die Startelf, Goller am Tor, Aichi als Rechtsverteidiger, dann Matibel und Weiland auf der Außenverteidigerposition. Ne, Weiland hat glaube ich sogar Innenverteidiger gespielt, korrigiert mich da gerne. Straßner mit dabei, Pereira Mendes, Matibel, Ayvasi, Boris Lumm, kennen wir ja alle. Jujo Skotschalk, der sogar das erste Mal dann im Profikader stehen durfte am Wochenende gegen den HSV. Und Olli Rölke, die beispielsweise, zu dem wir ja gleich noch kommen, saß auf der Bank. Ging direkt schlecht los, Ballverlust kurz nach dem Anstoß und dann auch ein tolles Tor. Goller stand relativ weit vorm Tor, ich weiß nicht, rund 40 Meter oder so vom Plauner. War wirklich gut gemacht. Und dann ist Hertha direkt nach, oder drei Minuten waren es sogar, aber ist Hertha direkt nach drei Minuten erstmal im Rückstand hinterher gelaufen. Ich muss aber sagen, selbst wenn man sich immer nur die Highlights anguckt, mir gefällt diese Spielweise, wie unsere Jungs da spielen. Und wir haben ja eine sehr, 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 sehr junge Mannschaft. Im Schnitt waren die ja jetzt immer 19 Jahre alt. Mir gefällt der Ansatz, wie wir Fußball spielen. Das ist sehr, sehr ähnlich eigentlich das, was wir auch in der ersten Mannschaft machen wollen. Sehr, sehr ballbesitzorientiert. Schöne Spielzüge eigentlich auch mit dabei. Aber wir haben uns dann eben schwer getan, weil Plaun eigentlich nur noch gemauert und gekontert hat. Kommen dann sogar durch ein wirklich herausragend schön rausgespieltes Tor zum 1 zu 1. Das war super rausgespielt. Axa Kahl toll eingeleitet. Und dann Aiwasi mit dem 1 zu 1. Und dann dachte man eigentlich, dass man da vielleicht das Spiel sogar nochmal drehen kann. Aber dann gab es, also das Spiel kannst du eigentlich, willst du einfach nur schnell vergessen, also guckt euch das mal an, absoluten Witzelfmeter gegen Goller. Also völlig unverständlich, wie man da Elfmeter pfeifen kann. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Gab dann den Elfmeter, der war dann auch drin. So war dann auch der Endstand 2 zu 1. Also leider im dritten Spiel jetzt die zweite Niederlage in Folge. Aber die Ansätze, wie wir Fußball spielen, die helfen, glaube ich, unseren Jungs, sich weiterzuentwickeln und vor allem auch dann zu passen in das, was wir weiter oben spielen wollen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich glaube, da kann sich über die Saison auch noch was entwickeln, auch wenn es jetzt ärgerlich ist, dass wir gegen Plaun als Aufsteiger, die ja auch relativ limitiert sind in ihren Mitteln. In dem Sinne würde man so sagen, aus unserer Sicht, ja, gegen so eine Holztruppe dann am Ende verloren haben, obwohl wir eigentlich ein gutes Spiel hingelegt haben, aber es uns schwer getan haben, klare Torchancen zu erarbeiten oder die dann eben nicht zwangsläufig genutzt haben. So befindet sich Hertha jetzt da, wo wir auch am Ende der letzten Saison in der Regionalliga Nordost waren, auf Platz 14. Also ich weiß gar nicht, ob das die Endplatzierung war, aber auf jeden Fall nahe der Abstiegsplätze mit drei Punkten. Wie gesagt, das erste Spiel hatten wir ja gewonnen, sogar gegen Greifswald. Das war auch echt respektabel. Und ich würde aber weiter die Daumen drücken. Ich finde, die Ansätze gefallen mir gut. Es ist übrigens Wahnsinn, wie Hertha Zehlendorf performt. Die haben schon wieder ein Heimspiel gewonnen gegen Babelsberg 2 zu 1 und sie sind jetzt auf Platz 3, hätte ich so auch nicht vermutet. Ja, aber die Saison ist dahingehend noch lang und die Ansätze gefallen mir da gut. Und ich glaube, da können sich unsere Jungs gut entwickeln. Das nächste Heimspiel ist jetzt übrigens am Dienstag, den 20. August, gegen Erfurt zu Hause. Bin ich mal gespannt, wie wir da dann agieren werden. Erfurt derzeit mit vier Punkten auf Platz 11. Aber trotzdem, guckt euch mal die Highlights. Also schon in den Highlights sieht man, da sind Spielzüge dabei, die echt gefallen, finde ich. Auch wenn es da natürlich noch einiges zu verbessern gibt. Aber das Spiel war so ein bisschen Pech und Pannen. Und für Plauen war es halt einfach so, wie sie ein Spiel bestmöglich dann eben gewinnen wollen, auch wenn sie aus meiner Sicht individuell eine geringere Qualität haben. Jetzt aber zu einer schönen Nachricht. Wie gesagt, die kam am Freitag schon raus. Einer dieser Spieler aus der U23, der aber locker noch U19 spielen könnte. Ich weiß gar nicht, ob der sogar noch U17 spielen könnte. Jelani Indi. Viele haben ihn vielleicht schon bei den Spielen gesehen, von unserer U19 gegen den BVB. Also der macht echt Lust auf mehr und war ja auch heiß umworben von vielen Klubs. Da gab es ja sogar das Gerücht, als wir dann gegen Dortmund gespielt haben, gegen die U19, dass auch der BVB starkes Interesse an Jelani Indi hat. Er hat sich aber dafür entschieden, bei uns langfristig zu verlängern. Und da soll es auch Interesse von einigen anderen Top-Klubs international gegeben haben. Ich kann euch das ja hier mal kurz vorlesen. Jelani ist ein richtiger Straßenfußballer, der tolle offensive Anlagen, hohes Tempo auf jeden Fall. Der hat auch eine sehr, sehr gute Beweglichkeit und viel Mut in seinem Spiel mitbringt. Nicht umsonst stand er im Fokus vieler nationaler und internationaler Top-Klubs. Wir sind deshalb sehr froh, dass er sich für unseren Berliner Weg entschieden hat und wir ihn bei seiner Entwicklung weiter begleiten dürfen, sagt Zecke Neuendorf. 2018 kam er von TB zu uns und in der letzten Saison hat er 13 Tore und 9 Assists beigesteuert in 23 Begegnungen der U17 Bundesliga. Aber wie gesagt, er hat ja dann sogar in den entscheidenden Spielen auch für die U19 schon gespielt. Also klar, man weiß nie, was sich daraus ergibt. Es gibt etliche Talente, die den Sprung dann nicht schaffen. Das sind auch immer Faktoren, die schwer von einem Verein beeinflussbar sind. Wie motiviert ist jemand? Wie fokussiert ist jemand? Wie gibt er sich? Wie will er sich durchsetzen? Und manchmal ist es auch Glück, wenn man gerade einen Spieler auf der Position sucht, dass man dann eine Chance bekommt. Aber von den Anlagen her, ist es, finde ich, ein sehr, sehr toller Spieler, der vielleicht in der Zukunft uns viel Spaß machen kann, vieles mitbringt und wo ich mich einfach freue, dass wir wieder mal eins dieser großen, umworbenen Talente gehalten haben. Weil es ist natürlich eine Sache, mir kam das früher halt immer so vor, wir haben viele Spieler gehalten, aber häufig auch Spieler, die, ja, wo man so dachte, wird wahrscheinlich schwer, dass der mal eine Chance hat, sich durchzusetzen. Jetzt halten wir aber viele Spieler, das war ja schon bei Gottschalk so, das war bei Trus so und dann können wir einige mehr nennen, die von anderen Topklubs eben heiß begehrt sind. Ja, auch in Boris Luhm zum Beispiel, weil sie eben auch sehen, jetzt, das ist immer so ein geflügelter Satz oder geflügeltes Wort, Berliner Weg, aber weil sie eben sehen, sie bekommen bei uns die Chance und wir setzen da drauf. Und ich finde, wir leisten da und geht eine super Arbeit, wir kommunizieren das ja auch wertschätzend und dass sie eben verlängert haben, es ist viel mehr im Blickpunkt, aber mich freut sehr, dass er verlängert hat und was dann daraus wird, werden wir sehen. Aber, dass sich so viele Spieler jetzt für uns entscheiden, finde ich, es zeigt auf, dass wir auf dem richtigen Weg sind und freut mich auch sehr. Ich kann das ja immer nur wieder erwähnen, auch wenn das gar nicht die Fußballer, also erfolgreichste Zeit war, seit ich Hertha-Fan bin, sondern das war diese Fast-Meistersaison, aber diese Zeit mit Kevin Prince, Boateng, Shahed und wie sie alle hießen, Malik Fatih, Ebert aus der eigenen Jugend, Dejaga, das hat mich damals so krass an Hertha gebunden und war so eine schöne Zeit und deswegen freue ich mich immer doppelt, wenn wir Eigengewächse eben halten können und nicht nur, wie viele andere ja auch, die haben auch Jugendspieler, aber häufig eben aus anderen Akademien, klar, der kam jetzt auch von TB, aber es ist halt ein regionales Talent und das freut mich immer sehr und ich habe immer die Hoffnung, dass auch in der heutigen Bundesliga-Zeit da einfach, ja, das war da auch einfach, jetzt habe ich den Faden verloren, das war da auch einfach, den, nee, ich hoffe, so rum, so rum ist es richtig, sorry, ich hoffe, dass solche Spieler auch in diesen Zeiten dann auch irgendwie eine andere Bindung zu Hertha haben, als vielleicht ein x-beliebiger Profi, den man in die Akademie geholt hat. So, jetzt kommen wir noch kurz zum Spiel vom Wochenende, da hatte ich ja ausführlich meine Meinung zum Spiel dargelegt, finde aber auch jetzt im Nachgang, ich hatte noch mal ein paar Hertha-Fans gesprochen in der Freizeit, aber auch mir die Kommentare durchgelesen, wird es auch schon noch mal deutlich, dass wir echt Probleme haben bei Standards, das liegt an vielen Faktoren, jetzt kann man auch sagen, man wünscht sich vielleicht, das wird bestimmt auch noch kommen, auch noch eine bessere Strafraumbeherrschung von Tiag Ernst, aber man merkt auch einfach, dass es sogar weniger noch geworden ist, dass uns in der Startaufstellung komplett die Körpergröße fehlt und das ist dann so ein Tabakowitsch, der mir ja vorne bisher in den ersten beiden Spielen nicht gut gefallen hat, aber wie wichtig der einfach defensiv ist. Das hatte letztes Jahr auch Pal Dardai, glaube ich, mal gesagt, weil wir haben eigentlich wirklich, Kempf, natürlich ist ein überragendes Kopfballmonster, aber bei uns fliegt ja jeder Standard, erst recht, wenn eine Mannschaft wie Paderborn oder HSV gute Standards treten kann, jeder Standard fliegt uns ja gefühlt um die Ohren. Wir haben Kempf, ja, Gächter hat aufgebaut, aber hat jetzt auch am Wochenende einmal richtig falsch gestanden, das hat erstmal nichts mit seinem Kopfballspiel zu tun, aber ist stärker geworden, aber was haben wir dann? Ja, also weder unsere Außenverteidiger sind groß gewachsen und kopfballstark, noch unser Sechser, da hatten wir zumindest sonst immer einen Passi Clemens, der eine gewisse körperliche Statur mit reinbringt und eine Kopfballstärke, da ist jetzt Dämme, davor haben wir Maser, ist jetzt auch nicht gerade ein Kopfballspieler in der Defensive, jetzt war Karbovnik dabei, sonst Cuisance, auf dem Flügel, Winkler und Scherhand oder wer auch immer das spielt, sind auch nicht kopfballstark, dann bleibt wirklich nur noch Tabakowitsch, also du hast eigentlich so von, also wir haben echt eine geringe Körpergröße, jetzt nach Körpergröße zu verpflichten, ist auch immer so eine Sache, wir hatten letztes Jahr noch Buchalakis dabei, aber ja, das fällt einfach schon auf und ist dann teilweise auch schwierig zu trainieren, unabhängig davon, dass wir halt teilweise auch einfach nicht gut stehen oder nicht aufmerksam genug sind, aber da bin ich mal gespannt, was wir da vielleicht für eine Lösung finden können und das war vielleicht auch einer der Gründe, warum er dann Toni Leisner reingebracht hat, weil ich ja eigentlich gedacht hätte, dass ich dann erstmal Clemens reinbringe, der ja schon sehr, sehr robust ist und ja auch ein ganz gutes Spiel gemacht hat eigentlich, aber das fand ich auf jeden Fall im Nachgang nochmal was, was ich noch mit erwähnen wollte, was jetzt auch nichts Neues ist, haben wir schon öfter in der Transferphase drüber gesprochen, aber fand ich nochmal ganz interessant. Dann wurde Kenny interviewt von der Bild-Zeitung, weil er jetzt natürlich auch ein Tor geschossen hat und da wurde er natürlich auch über seine Zukunft angesprochen, er hat ja nur noch ein Jahr Vertrag, das stand sogar im Titel am Anfang bei der Bild-Zeitung falsch, das stand nämlich erst 2026, das haben sie jetzt glaube ich korrigiert, er hat ja wohl nur noch ein Jahr Vertrag und deswegen war es für mich auch eigentlich so, vor der Saison, weil er eigentlich eine recht gute Saison bei uns gespielt hat, war ich mir eigentlich sicher, dass wir ihn abgeben würden, dass wir dann eben auf Eitschberger, Seevolk, den wir dann verlängert haben, gegebenenfalls Karbovnik setzen, weil Kenny halt ein hohes Gehalt hat und jetzt das letzte Jahr wäre, wo wir nochmal Ablöse bekommen könnten und wir wissen ja, bei Spielern von der Insel, Championship, die kann gut bezahlen, für die ist so ein Gehalt von Kenny wahrscheinlich kein Problem und die könnten gegebenenfalls auch eine Ablöse zahlen. Jetzt ist er noch da, er für meine Begriffe, ja, die Ecken gefallen mir auch noch nicht so gut, aber für meine Begriffe hat er nicht nur wegen seines Tores einen ganz, ganz wichtigen Impact in der Mannschaft, auch zu dem Zeitpunkt gehabt, als wir nicht so eine breite Brust hatten gegen Hamburg, hat er als einer der wenigen immer dazwischen gehauen. Ich finde, er hat sich auch schon gut, dafür, dass er nicht die ganze Vorbereitung da war, an das neue Spielsystem gewöhnt und versucht, das wirklich umzusetzen mit diesem Spielaufbau übers Zentrum. Ja, also klar, wenn du mich nach dem Sportlichen fragst, würde ich ihn auf jeden Fall gerne halten, aber wir müssen finanziell denken und wenn es einen Klub gibt, der für ihn nochmal eine Millionenablöse zahlt und wir ein großes Millionengehalt einsparen können und dafür dann eben noch einen Seevolk haben, dann finde ich, muss man es machen. Dementsprechend sind wir da wahrscheinlich eher in der passiveren Position und warten eher ab, kommen da Angebote. Für ihn wäre es jetzt wahrscheinlich auch nicht katastrophal, bei uns Stammspieler zu sein, fühlt sich sicherlich hier auch wohl und nächstes Jahr dann ablösefrei wechseln zu können oder er steigt sogar mit uns auf und will dann bleiben, aber deswegen kann da wahrscheinlich keiner was ausschließen. Er selbst sagt in dem Interview dazu, ich beschäftige mich damit nicht, ich will meine Leistung bringen und dem Team helfen, ich habe hier noch ein Jahr Vertrag, mein Job ist es, das Team voranzubringen und ich finde, er ist auf jeden Fall kein Spieler, wo man auch nur im Ansatzweise ihm vorwerfen könnte, dass man das Gefühl hat, der ist mit dem Kopf schon woanders, also das Gefühl habe ich bei ihm überhaupt nicht, der ist total fokussiert, wird immer wichtiger, man hat es letztes Jahr in der Doku schon gesehen, das siehst du jetzt auch immer mehr auf dem Platz, vorher wo dieser Kreis war, wo wir uns gegenseitig motiviert haben, vor dem Spiel, da hat er, ist auch mal geil, wie ich sage wir, als ob ich da mit drin stand, da hat er die Ansagen verteilt auf dem Feld, hat alle nochmal motiviert in diesen Phasen, wo es schlecht lief, auch nach dem 1-1, wo es so viele Standardsituationen gab, er hat nochmal alle gepusht und er bringt, finde ich, auch Leistung und geht voran, auch wenn nicht alles perfekt ist, was er macht, aber es ist natürlich immer ein Kosten-Nutzen-Faktor und klar, wünschen würde ich mir auch, dass er bleibt und verlängert, ob das finanziell machbar ist und ob da noch ein Angebot reinkommt, erst recht, wenn er jetzt so weiterspielt, könnte es natürlich sein, dass er auch nochmal einer Interesse hat, letztes Jahr war ja Augsburg wohl länger mal interessiert, könnte auch ein Bundesligist kommen, ich meine, Bundesliga-Erfahrung hat er ja auch schon gesammelt bei uns und bei Schalke, bei seiner Laie damals und wenn ihr euch mal so die Statistiken anguckt, sind die auch gar nicht so schlecht, was seine Torbeteiligung eigentlich bei uns angeht. Ja, also mal gucken, wie es da bei Kenny weitergeht, das war mal wieder so ein richtiges Labervideo aus relativ wenig, relativ viel gelabert, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, ich hoffe, ihr genießt das Wetter, ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet, ich hoffe, ihr seid gesund, euch geht es gut, ich hoffe, ich sehe euch heute Abend im Stream ganz viel hoffen, aber so ist man halt als härter Fan, man hofft ganz, ganz viel und ja, wenn euch das gefallen hat, lasst doch gerne einen Kommentar für den Algorithmus da, lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns heute Abend zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr auf Twitch, freue ich mich ganz doll auf euch, hao hee und mal gucken, wer weiß, eigentlich, wir hoffen ja alle, dass noch was passiert, gerade auf dem Flügeln, vielleicht passiert ja bis heute Abend noch was, das Video wurde jetzt aufgenommen, Stand 16 Uhr. Also in diesem Sinne, macht's gut, hao hee und bis später. Bis zum nächsten Mal.